Für 15.000? Ah, die Sauna noch. Die Sauna müsste man noch machen. Hier kannst du nicht mal Licht machen. Ich seh dir das. Na gut. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Ja, wie soll ich das verlegen? Jetzt hat er das alte noch in der Hand, oder was? Ich würde gerne das Laminat verlegen. Das geht nicht. Was ist das hier? Seht ihr, wieder der alte Buck drin. Ich kann die Hand nicht freimachen. Ich habe die alten Fliesen noch drin. Das ist so ärgerlich. Ich meine, die haben monatelang Zeit gehabt, das endlich mal zu machen. Jetzt muss ich das hier dann wieder weg machen. Sonst kann ich das Laminat nicht verlegen. So, kann ich denn das jetzt endlich verlegen? Jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut. Lege eh. Das muss ich... Hä, was macht denn der? Ich hebe 5 auf. Lege eh ab. Ja, ist schon klar. Er soll es verlegen. Ein Paket mit Fliesen wäre nicht schlecht. Was will der von mir? Paketpanel. Bodenfliesen. Ach, das ist für die Wände. Das machen wir erstmal hier. Das machen wir hier mal ein bisschen in die Gänge kommen. Boah, viel zu dunkel hier. Ich kann ja nicht mal Licht machen. So, als nächstes. Paneli. Ja, Paneli. Und wie verlege ich die denn jetzt? Die muss ich jetzt dann theoretisch so von... Ah ja, ah ja, cool. Ach, das geht auf einmal so schnell und das andere dauert so lang. Okay. Das geht auf einmal so schnell. Da brauchen wir aber einen Haufen Paneele. Oh, ho, 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 ho. Da brauchen wir aber einen Haufen Paneele. Ja. Ich meine, das ist natürlich eine wunderbare Farbe. Das macht richtig Spaß. Das geht jetzt viel schneller, ne? Cool. Ist das für eine Sauna nicht ein bisschen ach klein? So. Können wir das hier erstmal wieder... So, wir müssen mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll. Wir machen erst mal eine Lampen. Ah. Jetzt wird es warm. Jetzt wird es hell. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Geht das nach oben? Ah, so geht es. Das Problem ist... Ach so, vielleicht kann ich von außen das Licht anmachen. Ich kann hier kein Licht anmachen. Also so ein verpacktes Haus habe ich noch nicht gesehen. Oder muss ich jetzt da erst einen Lichtschalter einbauen? Saunaofen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay. Ich kenne mich mit Saunas überhaupt nicht aus. Tut mir ehrlich leid. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich mache mal Laptop noch in kein Sauna. Ich denke aber, das gehört eigentlich so rum. Es passt hier überhaupt nicht hin. Na, gucken wir mal. Sauna, Bank, Bank. Okay, das scheint das Größte zu sein. Das ist aber ein kleines Ding. Oha, das ist aber klein. Sieben Stück will der da haben. Eins. Zwei. Drei. Wie müsste ich denn da bitte sieben Stück reinkriegen? Ach, die können wahrscheinlich quer rein. Die können wahrscheinlich so rein. Sonst kriege ich da keine sieben Stück rein. Kann doch nicht sein, oder? Eins. Zwei. Drei. Drei. Fünf sollen da noch rein. Das soll denn da fünf Stück reinkriegen? Wie soll denn das funktionieren? Vier. Da könnt ihr Ofen da drauf oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das sein soll. Ich kann doch da nicht noch vier Bänke reinbringen. Wie soll das funktionieren? Vier. Eins. Zwei. Keine Ahnung, was das soll. Ich weiß es nicht. Es gibt auch keine Hilfsfunktion. Es gibt auch nie, es gibt auch keine Hilfsfunkeln. So kommt Platz dafür. Drei Stück sollen da noch rein. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. also keine ahnung was das soll ich werde mich jetzt ganz bestimmt nicht hier noch schnell einarbeiten wie man eine sauna einrichtet manchmal ein bisschen hilfswuchs ja weiß es nicht das schaut doch furchtbar aus ich weiß es nicht keine ahnung ich kann doch darauf jetzt nicht den sauna ofen stellen es geht aber nicht leute ich wollte hier eigentlich ein bisschen spaß haben ich wollte jetzt nicht hier mich mit dem scheiß trick hier auseinandersetzen ich weiß nicht wie das geht keine ahnung den ofen stellen wir hierher dann haben wir hier noch eine saunabank wieso denn wieviel saunabhängen soll ich denn da noch rein tun das verstehe ich alles nicht es ist kein platz da also was die sich davor also das ist das verpackteste leider was ich gespielt habe und ich habe jetzt schon einiges gespielt wie viel muss ich denn da kaufen zwei okay das ist klar das habe ich schon mal gesehen was ist das eine sanduhr sanduhr sagt mir alles nichts und handtuch rollen wie viel ich weiß es nicht das war es noch eine stellt aber ein passt so fortschritt 17.000 meine damen und herren das war es wir haben die sauna eingerichtet und 17.000 dafür bekommen garten würde ich gerne noch machen das bad hat mir am meisten spaß gemacht gut da kenne ich mich halt nicht mit aus mit der sauna das zimmer ihr seht wenn man hier rein kommt steht ja im weg da steht ja im weg kommst da gar nicht rein hier ist schwierig ist schwierig meine damen und herren da kann man ein bisschen mit aus der gut da können wir natürlich noch ein paar bilder her machen klassisches klo kann man natürlich auch noch einiges machen toilette zum händewaschen die garage könnte man natürlich auch noch ein bisschen einrichten regale und so das ist bestimmt hier oben ist man auch ganz gut gelungen am liebsten finde ich eigentlich noch das oder am schönsten da würde ich mich wohlfühlen der schrank ist mir ein bisschen zu groß aber hier noch ein pc erstellen geht ja hier schon wieder elektrische ausrüstung ich stelle jetzt einfach mal ein laptop her das fehlt mir ja dann irgendwas deckenventilator ist natürlich geil gerade im jugendzimmer im sommer ist cool einfach cool meine damen und herren das ist der laptop hier er ist klein hier das gefällt mir ein bisschen meine damen und herren das war's wir haben den auftrag abgeschlossen so hat es vorher ausgeschaut bei mir das war mein kleines büro und wenn er jetzt fertig geladen hat hat dann werdet ihr sehen ich habe es ein bisschen ich habe alles komplett verkauft auch das ist schmuddelige bett hier hier muss man muss mein guter kuschel hier so lange gut schauen wir mal decorations ne uhr müssten wir eigentlich da noch rein machen ne ja das ist nicht teddy ich wollte eigentlich den anderen haben ich wollte eigentlich den anderen haben passt alles nix rein hier nahm naja so meine damen und herren dann bedanke ich mich für euer interesse gehabt euch wohl wo ihr mir seid lasst ein like und ein abo da und wir sehen uns im nächsten stream oder video euer nils tschau